Ich erinnere mich. Aber darauf vertrauen mit allem fertig zu werden, was dir begegnet. Das war echt eine traurige Folge und unser Lichtschwert ist kaputt. Und jetzt machen wir uns Ereignis. Mit dir auch. Ich will mir noch mit dem... Äh, nee. Ähm... ...mit ihm hier reden. Ein Lichtschwert? Hier? Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie du es machen wirst, Kleiner. Aber wenn ich eins über dich gelernt habe, dann, dass du deine Aufgaben immer meisterst. Ach ja? Ich würde mein Leben darauf verwetten, aber das habe ich schon. Ganz oft. Du bist nicht der beste Spieler, Grace. Schon klar, natürlich, stimmt. Aber ich glaube an das, worauf ich wette. Und ich beteilige dich sogar, Kerl. Danke. Ich tue alles, damit du gewinnst. Es ist ein wichtiger Ort für Jedi. Besorgt oder so? Sollte ich nicht sein. Hör mal. Ich weiß ziemlich genau, wie sich sowas anfühlt. Wirklich? Ähm, nein. Die Galaxis habe ich noch nicht gerettet, aber schon oft eins auf die Nase gekriegt. Egal, was dich umhaut, du stehst wieder auf, Kerl. Weiter so. Danke. Das sieht ein bisschen aus wie Kaffee da. Sehr viele Kaffeebohnen. Hm, naja, wobei ein bisschen zu schleimig dafür. Oh. Oh. Der Rose hier sieht toll aus, Grace. Es ist zwar nicht der Ursprungsbaum, aber er ist echt okay. Toll, was du mit den Ästen machst. Danke, Kleiner. Du bist okay. Hm. So, okay. Also, ähm. Dann. Gehen wir mal zum geborsteten Sieg. Ähm. Was echt interessant ist, ist, dass, ähm, eigentlich nach, äh, nach Order 66 wurde hier die Höhle, ähm, vollständig verstört. Von Imperium. Also, ich meine, Anakin, beziehungsweise Darth Vader, kannte natürlich die Stelle. Ähm. Ähm. Hm. Und. Oh, das war okay. Und, mal schauen, wie es hier ist. Oh, macht er es jetzt. Jünglinge, die Zeit der Versammlung ist gekommen. Setzt euer Können klug ein. Geheimnis. Ja, genau. Oh, ey, ich bin immer noch ein bisschen... Ist der Jedi-Tempel? Es ist eine Weile her. Naja, ich erinnere mich. Jeder Jedi kommt als Kind her. Also, kam hierher. Es ist noch Jedi gab. Hm. Ähm, 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 ja, letzte Runde war ziemlich heftig, finde ich, aber, ja, ich, ich werde immer traurig, wenn die Klone ihre Kumpels da, beziehungsweise, also, viele Jedi's waren, ja, mehr als nur die Kommandanten-Konnektionen und, ja, wie sie, sie verraten und so weiter. Naja. Wer, ähm, ähm, das scheint sehr, sehr keinesfalls. Ähm, wer da noch ein bisschen... Mit dem Eis passe ich auf. Wer da noch ein bisschen mehr Infos, ähm, haben will, kann wirklich, äh, die Clone Wars, äh, Reihe anschauen. Also, am Anfang ist es halt noch sehr auf Kinder gemacht, aber, ja, so ab, ab, ähm, Staffel zwei, drei, sowas, fängt es dann wirklich an, krass cool zu werden. Also, auch ein bisschen brutaler und erwachsener einfach. Äh, jetzt muss ich nur herausfinden, wie ich da rüberkomme, ne? Also, irgendwie, ach so. Oh, warte. Nee. Gerade stand der da, hm. Ähm, wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Wahrscheinlich ist es halt total übersichtlich. Mit dem Eis passe ich auf, hat er gesagt. Ah, oh man. Es ist wirklich übersichtlich. Oder auch fertig. Was konnte ich gerade unter, äh, irgendwas konnte ich doch, also gerade war doch eh, wir untersuchen. Naja, egal. Okay, ich glaube, ich, ich... soll noch da. Wie es die Kamera sagt. Vielleicht lass mal kurz los. Gibt es hier irgendwas? Oh. Oh. Die Schrift ist schon cool. Gute Arbeit. Versammlungsraum. Versammlungsraum. Der Versammlungsraum befindet sich am Eingang der, zu der, äh, zu den Kristallhöhlen. Jedimeister brachten Jünglinge an diesen privaten, äh, primär als Treffpunkt genutzten Ort, um sie anzuleiten, um mit ihnen zu meditieren, ehe sie sich auf die heilige Suche nach, äh, der, äh, au, vonיאer Wednesday-Stand комнаer an diesen .de, äh, zunächst mal für's. Oder es geht zwischenreich und mitchallendem, um sie zu Eltern um einETH. Guck gemacht. Eisflächen gerichtet zu diesen um diese zu schmelzen ok boah da ist ein fetter eiskristall oder Klaas oder allgemein. Oh der schwebt. Je die Tanken. Ah wohin soll ich das hin tun? Wo soll ich das hin tun? Ich lass noch mal los. Ne das würde ich nicht sagen. Da unten und da gibt es auch noch was. Ähm in der Serie gibt es nämlich ähm kommt es nämlich auch vor und da ist es extrem gefährlich ähm weil also das ist ein kompletter Labyrinth hier unten und ähm und was interessant ist ist dass die Jünglinge das an einem Tag machen müssen oder innerhalb von ein paar Stunden. Weil ähm sobald die die Sonne quasi verschwindet ähm friert der Eingang wieder ein und die Kinder sind oder die Jünglinge sind quasi dann ähm sind quasi dann ähm ja eingesperrt in der Kälte und erfrieren. Die Statue eines ehrwürdigen Jedi Meisters ziert die zentrale Kammer die zur Kristallhöhle führt. Die vor hunderten von Jahren geschaffene Statue ist ein Symbol für die heilige Weisheit, Erleuchtung und Beheiligkeit des einst mächtigen Ordens der Jedi. Mach mal. Jedi Geräte. Äh in diesem alten Tempel wurden Jedi Geräte für die Kontrolle bestimmter Umstände und die Aktivierung geschützter Gänge gebaut. Viele dieser Gerätschaften verfügten über einfache Hebel, Schwebekarme Ähm Wow Schwenkarme Und rudimentäre Objekte die einen bestimmten Zweck erfüllen. Wenn sie korrekt angeordnet werden. Okay Du mir leid. Ähm Was natürlich auch interessant ist, ist dass ähm die Jünglinge das alles eben nur mit der Macht und ohne ohne äh ohne Lichtschwerter und so weiter machen mussten. Ist ja, ist ja eigentlich klar. So. Okay, aber was hat das jetzt gebracht? Wir können das verschieben. Hm. Ah. Jetzt. Hm. Hm. Ah. Muss ich jetzt warten? Schon, ne? Aha. Das ist aber richtig cool. Finde ich cool. Gut, jetzt müssen wir da rüber. Ah, einfach schwingen, ne? Ah, hier ist auch noch einer. Ein Kristall. Lichtversteckende Kristalle. Im Innern des Tempels angeordnete Kristalle verstecken das Licht, um Hitze zu bündeln. Da der Lichtstrahl Eis schmelzen lässt, öffnet er geheime Gänge, die nur den Jedi bekannt sind. Da oben ist er, ach so. Ach, jetzt, ah, jetzt sind wir wieder hier ganz oben. Alles klar. Alles klärchen. So. Da oben ist auch noch einer. Na, guck. Ich brauche hier noch, äh, die Fixierung. Also, ich kann nicht weiter als so gehen. Also, irgendwo. Hier kann ich auch nicht weiter. Da oben ist auch einer und da, ähm, da sind überall welche. Krübel, 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 Krübel. Da geht's auch hoch. Da geht's noch da. Hm, hat nicht so geklappt, aber ist in Ordnung. Ähm. So, also hier unten ist nichts mehr wirklich. Na, guck. Hm. Um uns nicht hoch. Gut. Ähm. Kann ich da, äh. Ich weiß nicht, ob das, äh. Ähm. Ich glaube, das stimmt nicht so. Dann höff ich mal wieder zurück. So. Also, hier kann ich ein Licht machen. Den quasi da fixieren. Oh. Den da fixieren. Den rüber schwenken. Dann, oder? Ich glaube, das könnte... So. Und jetzt nach... Genau. Und dann sollte das eigentlich passen. Okay. Dann sollte der eigentlich... Ja. Sehr geil. So. Ja, jetzt. Super. So, dann bin ich mal gespannt. Dann speichern wir mal. Also, erstmal meditieren. Also, nicht speichern. So, dann auf geht's. Oh oh, das wird kalt. Ist hinten was? Okay, äh, es wird doch nicht kalt. Ich fär mich mal kurz auf. Geysir. Der Vulkanismus auf Ilum bildet hydrogeologische Schloten, durch die heißes Wasser und Dampf ausgestoßen werden. Die Geysire können ihre Größe und Dauer abhängig von bekanntlicher Aktivität der kontinuierlichen Ablagerung von Mineralien verändern. Oh, schön warm. So, äh. Diese Jedis verstecken einfach eine Kiste da unten. Zeig mal was du gefunden hast. Die Paner. Uh, das ist eigentlich ziemlich hübsch. Poncho. Ich, 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 ich bleib, glaub ich dunkel. Da komm ich her, ne? Glaub schon. Ja. Okay. Oder? Da komm ich her. Ich glaube da komm ich her. Ich glaub ja. Ja. Hier komm ich her. Entschuldigung. Das sieht halt alles so gleich aus. Ja. Hier war ich her. Okay. Okay. Und, also, jetzt muss es arschkalt sein. Also, wenn das Wasser warm ist, okay, wegen den Geysieren. Das kann ich verstehen. Aber jetzt. Ja, weil du jetzt nass bist. Ich spüre ihn. Er ruft mich. Es ist nicht weit. Die können ihren Kalberkristall nicht wählen. Er wählt dich. Ja. So ähnlich wie du. Da bin ich mal jetzt gespannt. Ähm. Welche Farbe wir bekommen. Weil an sich, ähm, rein theoretisch haben wir ja das Lichtschwerp von unseren Meister bekommen. Aber da können, konnten wir auch, ähm, können wir auch die Farbe auswählen. Also, ja. Mal schauen. Kann ich welche davon benutzen? Nee. Uh, es glitzert. Schön. Schön, schön. So. Ja. Ich werde dann auch, äh, ein kleines Beben. Alles in Ordnung. Ich werde dann auch später, ähm, bisschen was über, ähm, die Farben erzählen. Also, von, äh, von den, ähm, Schwertern, weil, je nachdem, ähm, also, schon, ja. Also, es ist halt, äh, die einen sagen, es, äh, hat nix zu sagen. Äh, die anderen sagen, es, ähm, hat viel zu sagen. Und ne Rutsche. Und, genau. Ich sag, äh, ich, äh, erzähl euch mal das dann, äh, von denen, die was sagen. So. Wow. Echt knapp. Bum. Der Ruf wird stärker. Beeilung. Sieht aus wie ein Weißer. Weiß wäre natürlich cool, aber, also, weiß, äh, gibt's rein theoretisch in... Wieso geht's da runter? Hm. Äh, weiß gibt's an sich, äh, in natürlicher Form nicht, beziehungsweise ganz, ganz selten. Das, äh, die Weißen entstehen eigentlich dadurch, dass man einen, ähm, gebrochenen, beziehungsweise einen roten... Äh, die roten werden, äh, wachsen ja auch nicht. Die entstehen so, wenn man... Ah, Sensi. Wir haben die uns gefunden. So. Das sind, äh, stimmt. Wie haben sie, äh, uns gefunden? Ja, wo, äh, wobei Darth Vader weiß ja, wo... Wo das hier ist alles. Ähm, ich weiß nicht, ob wir uns richtig bewegen. Ja, anscheinend schon. Dann geh ich nochmal zurück. Und schau... Oh, das ist, äh, jetzt ein kleines Disco-Light hier. Äh, äh, und schau, wo ich da runterkomm hier. Weil da komm ich ja hin. Irgendwo komm ich da hin. Aber... Hä? Ich wette, wenn ich jetzt, äh, mich fallen lasse, dann bin ich tot. Weil das sieht... Ja. Aber... Warum... Warum kann ich denn da hin? Warum ist dann da eine Wand? Oh. Da drüben ist was. Warte, ich schau nochmal kurz runter. Ah, wie, wie komm ich da hin? Ist hinter mir was? Ich kann halt echt nix sehen. Ah, okay, da... Da muss ich irgendwie anders hin. Komisch. Aber, wie, wie soll ich da anders hin? Hm... Hm... Ja, komm mit. Okay, da werden wir aber später nochmal vorbeischauen. Hä? Die hat sich irgendwie aufgelöst, naja. Okay, da geht's hin. Hm, das macht Spaß. WD, ich glaube, das ist deine Stärke. Ja, eine Kiste ist da jetzt, ähm, nix groß ist, wenn er solche, solche Dinger, solche Scout, ähm, Druiden hacken kann. Also hier geht's auch wohl hin. Aber, ja, ich, ich, ich schaue mal kurz da hinten hin. Weil das zeigt er mir nämlich nicht. Obwohl es eigentlich mehr oder weniger. Danke. Für deine schnelle Reaktion. Ähm. Achso, das ist, äh, das ist, äh, glaube ich, nur ein Ort, der macht, oder? Also nur, finde ich cool. Habe ich echt nichts dagegen. Als ob das halten würde. Wo saßt du ihn zuletzt? Er wollte in die Höhlen. Ich hab ihn gehört, aber nicht gefunden. Hm. Verschwundener Jüngling. Überreste eines Lagers. Ein Jedi-Meister war wegen eines in den Höhlen verschwundenen Jünglings besorgt. Ja. Ja, ja. Das ist seltsam. Okay, ich, ich, ich muss zuerst springen und dann mach, 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 mach. Und der kann nicht, äh, ähm, ziehen und gleichzeitig springen. Das schafft er irgendwie nicht. Unser kleiner, äh, Schlawiner. Bam. Lucky Shot. Das ist, ah, das ist jetzt eine Verbindung. So. Aber ich, ich bin so gespannt, äh, was unsere Dichtschwertfarbe wird. Oder ob wir, entweder einfach inzwischen... Ich sehe. Ich sehe sein Licht. Äh, der, der leuchtet ja wie so eine Kugel. Ja, äh, ist... Okay. Da hätten sie aber, ähm, bisschen... was Cooleres machen können, finde ich. Weil, ähm, so ein Leuchten, die, die haben ja nicht geleuchtet. Also, die haben ja zu den, ähm, Gedis gesprochen. Was Interessantes? Oh, ist das... Ne, okay, das ist ein Kristall. Okay. Kaiba-Kristall. Ilum ist einer der wenigen Planeten von Galaxie... Ne, der Galaxie. Oder Galaxis? Je nachdem. Äh, auf dem es natürliche Vorkommen mächtiger Kaiba-Kristalle gibt. Die konzentrierte Energie dieser Kristalle halt auf einzigartige Art und Weise innerhalb der Macht wider, wodurch sie ein kollektives Bewusstsein bilden, das ihnen erlaubt, untereinander und mit lebenden Wesen zu kommunizieren. Im Rahmen der Jedi-Ausbildung wurden Jünglinge in die Kristallhöhlen von Ilum entsandt, um ihre Kristalle abzubauen, um ihr eigenes Lichtschwert zu konstruieren. Hm. Oh. Da komm ich dann später rein. Dann entweder tauchen oder hier entlang. Hm. Gehen wir gerade wieder zurück. Ich habe mich gerade sehr erschrocken. Aber ja, ich glaube wir, ja. Mir geht es wieder zurück. Ja stimmt, hier haben wir das, ähm, das entdeckt. So. Ah, ja, 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 genau. Würde es uns halten? Ja. Hm. Ah, genau. Hier ist die Rutsche. Alles klar. Dann wieder zurück am Anfang. Aber wir haben ja jetzt die, die Abkitzung freigeschaltet. So. Hm. Ah, wie komm ich da hin? Hier. Nee. Da komm ich ja her. Also, unter anderem. Okay. Aber da, da muss ich hin. Okay. Da muss ich hin. Okay. Geht's aber nicht, ne? Hm. Da oben ist es. Irgendwie muss ich hier hoch. Hm. Grübel, 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 grübel. Also, hier mal. Hier hoch. Ah, natürlich. Oh man. Ich hab, ich hab doch vorhin gesagt, so ja, wahrscheinlich muss man, ähm, da schwimmen. Bei dem Wasser. Aber erstmal schauen wir da rechts runter. Tja. Tja. Das hab ich aber wieder vergessen, dass ich das gesagt hab. Ah. Ah man. So dumm. Entschuldigung. Ah. Gut. Also, dann würde ich sagen, tauchen wir mal. Also, jetzt. Erstmal, einerseits deswegen. Und andererseits geht's hier wahrscheinlich weiter. Was hast du da? Okay. Hier geht's schon mal nicht weiter. Ah. Komm. Achso. Okay. Hier geht's nicht weiter. Dann aber. Ah komm. Dann aber hier. Ja. Gut. So. Gibt's hier noch was? Noch eine Kiste? Komm. Mach's da. So. Gut. Na dann. Los geht's. Ich. Oh. Oh. Hier durch. Das spür ich. Wir sind fast draußen. Ich verspreche's. Finden wir dann auch den, den Jüngling? Oder finden wir ja heraus, was dem Jüngling passiert ist? Oh. Okay. Hier ist es kalt. Haha. Oh come on. Einfach hier. Oh. 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 Ich kann ja nun nichts machen. Ah, ein Plauer. Pause. Nein, 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 nein! Es ist vorbei. Wir sind gescheitert. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Es ist gut. Es ist gut. Es ist soweit. Wir sehen uns vielleicht zum letzten Mal. Ich spüre den Untergang des Ordens der Jedi nahen. Nein. Scheitern ist nicht das Ende. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Du wirst jemanden finden, der ebenso mutig ist und hartnäckig wie du selbst. Und du wirst ihm helfen, genauso wie mir. Aber dein Speicher wird komplett gelöscht sein. Bist du sicher, dass du das willst? Leite komplette Speicherverschlüsselung ein. Nur durch eine Vertrauensverbindung wird dein Speicher wieder hergestellt. Praktisch. Ich glaube an dich. Das habe ich immer. Und ich glaube an den, den du auswählst, mich zu ersetzen. Naja. Bleib wohl. Alter Freund! Alter Freund! M. Du hast für mich deine Erinnerung riskiert. Ja, ich glaube auch an dich, Koppel. Du hast recht. Noch gibt es eine Chance. Es gibt immer eine Chance. Komm schon. Du hast schon geklappt. Ich habe den Kristall gefunden. aber der hat uns irgendwie abgestoßen oder so und hat sich geteilt. Na gut, danke fürs Zuschauen, das werden wir dann das nächste Mal anschauen. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye. Untertitelung des ZDF, 2020